Und da sind wir auch schon gleich in einer neuen Folge. Alter Tag, neue Aufnahme, guten Tag. Ich bin der Paragon. Ich bin halt goldig. Wer nicht weiß, wovon ich rede, musste in den letzten paar gucken, damit Rombies ein bisschen geärgert hat. Und der hat uns untersucht. So. Lidoor. Unser Dust ist fertig. Ich hoffe, ich habe einen Redstone bekommen. Eins, immerhin. Unser Viertel arbeitet scheinbar nicht mehr. Muss aber auch nicht. Wir haben ja so ein Cobblestone hier. Und arbeiten mal diesen Stack Gravel. Diesen Stack Gravel zu Dust. Denn wir brauchen noch ein bisschen Redstone. Damit wir unsere Energieproduktion so ein bisschen optimieren können, wenigstens. Müssen wir früher oder später sowieso machen, diese Dinger. Allzu lang kann ich auch die aufnehmen, denn ich gucke heute Supergirl. Und das kommt dann gleich schon. Seht ihr mal, wie spät ich aufnehme, wenn ihr wisst, wann es kommt. Ja, ich gucke sowas. Schlimm, der Paragorn. Schlimm. Ständig am Fernseh gucken. Macht nix für YouTube. Ach. Die Abo. Ja, das war das. Ich war jetzt kurz am überlegen, ob wir Sand brauchen. Nein, wir brauchen den Dust. Also nochmal. Danach schmecken wir da eigentlich immer nur Gravel rein für die Erze. Was? Moment, wieso sind das nur... Aha. Da hast du dich versteckt. Na, dann haben wir es gleich. Das ist am Anfang ein bisschen nervig, aber muss man halt durch. Dann sollten wir hoffentlich genug Energie produzieren, um im Stream ordentlich arbeiten zu können. Und hoffentlich ein bisschen hübsch zu bauen. Ich setze jetzt hier auch gleich mal wieder ein paar Bäume, denn ich brauche ein bisschen Wolle. Ja, Wolle braucht der Panda. Ihr werdet schon sehen, warum. Nein, für diese Blöcke hier. Die sind halt aus ein Wolle und ein Clay. Sozusagen. Deswegen müssen wir hier fleißig erstmal Wolle fahren. Und wie geht das besser als mit Bäumen? Äh, ich will diese Bäume da eigentlich... Ach, naja, was soll's. Kommt. Na, hier hin. Dann dort. Und mehr Erde haben wir nicht. Das heißt, wir machen uns noch kurz ein. Dann können wir den letzten auch hinsetzen. Schmeißen derweil mal den Dast hier in unsere nette Maschine. Die dann hoffentlich wieder arbeitet. Sehr schön. Gucken, was hier unsere Energieproduktion macht. Also das läuft super. Müssen vielleicht nur noch mal Wasser auffüllen. Einzigste Nachteil. Aber fürs Erste ganz ohne Arbeiten geht's halt nicht. Ja, mir können zwei rein. In der anderen auch. Ups. Zack, zack. So. Bring nur mal ein bisschen Redzone ans Tageslicht. Schauen wir uns die Erde. So, Baumfarm extrem. Ach, ich will immer noch den Hopper haben. Äh, naja. Weißt du was? Arbeiter einfach. Was wir haben, das haben wir. Gut. Ähm. Ja. Ich will da oben die Baumfarm haben. Das heißt, wir brauchen... Ich mache erstmal Leitern dahin. Fürs Erste. Stimmt, ich hätte die Bäume gleich da hochsetzen können. Eigentlich. Habe ich nicht dran gedacht. Mache ich jetzt noch. Es sei denn, es wächst einer. Ja. Streichen. Äh. Wie werden Leitern... Die werden nur noch aus Planks gemacht, oder? Hoffe ich. Ja. Ja. Denn sie... Wenn man sie denn dann auch herstellt. Hallo Mr. Block. Verschwinden Sie mal. Wir haben erstmal genug. Und hier noch einen. Und da. Und dann sind wir hier oben. So hübsch sieht das hier oben aus. Wir verbreitern das Ganze dann noch so ein klitzekleines bisschen. Und dann haben wir hier einen hübschen, hübschen Oxygen-Farm-Dingsbums, was auch immer. Natürlich bauen wir diesen Computer mit der Zeit dann hübsch aus. Ich bin gerade auf einem Baum und raffe nicht, dass ich auf einen Baum stehe. Ahem. Jetzt brauche ich aber erstmal einen Wurm. Wurm, 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 Wurm. Da haben wir eins, zwei, drei. Die können wir theoretisch auch essen. Oh, guck mal, wie die Süße da unten rechts zappelt. Oh, wie süß. So. Verbreite dich. Wie eine Pest. Schauen wir mal auf unsere... Guckt euch das an. So. Besser geht's gar nicht. Ganz ehrlich. Besser geht's nicht. Hier haben wir dann alles. Es läuft soweit. Aber ich stelle den hier mal um. Er soll nicht shuffle. Er soll hier... Ich glaube, er macht dann erst das, dann das, dann das. Ne, tut er nicht. Na gut, er nimmt einfach irgendwas. Warum? Mach mal hier den Sand. Ja, jetzt mach das. Ich weiß nicht, warum er zur zwei gesprungen ist. Jetzt ist er schon wieder gesprungen. Ja, ja, egal. So. Noch mehr. Und da regnet es schon wieder. Und wir sind fleißig zugemüllt. Egal. Lead. Glas. Redstone. Noch mehr Redstone. Zack. Jetzt haben wir 18 von diesen Pipes. Also, das wird doch wohl reichen. Ähm. Ich muss mal kurz schauen. Mods. Ja. Creative Tabs. Ähm. In welchem sind die? Ähm. Tools, glaube ich. Nein. Ähm. Nicht Tools. Sie sind in... In... Ich weiß nicht, wie dieser Tab heißt. Ähm. Nein. Nein. Ich erkenne den Tab, wenn ich ihn sehe. Und wenn ich ihn denn sehe. Oh nein. Och, Moment. Ich muss mal kurz hier... Wie heißt Mist? Okay. Mist, 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 Mist. Da haben wir ihn. Ja, die ganzen Spawn-Eier sind unwichtig. Und offenbar war das der falsche Tab. Den hier brauchen wir. Redstone. Okay. Den Redstone-Tab. Natürlich. Redstone. Hätte ich auch gleich drauf kommen können. Ne, gibt's nicht. Doch, da. Die gibt's nicht. Der steht da nur. Ähm. Left the game. Joint the game. Wie teuer sind die? Die brauchen auch eine Perlen. Mist. Na gut. Verworfen. Ignorieren. Unwichtig. Hat keiner gesehen. Will keine haben. Ähm. Das kommt da rein. Das, das, das. Das, das. Nein. Die nicht. Äh. Die nicht, sagte ich. Das kommt da aber rein. Die Barren kommen hier rein. Und die haben ja erstmal. Das heißt, wir können hier erstmal abbauen. Kohle raus. So. Ähm. Nummer eins. Nummer zwei. Verbinden die schön mit den Pipes. Ah, ich befürchte fast, das wird nicht reichen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das wird echt eng. Wir schauen mal. Eins, zwei, eins. Na, wir schauen mal kurz. Drei. Vier. Fünf. Sechs, sieben. Nein. Hier braucht noch drei. Nein. Ähm, haben wir noch? Bitte, haben wir noch. Nein. Ah. Los, mach. Hier, aufhören. Habt ihr mit den tollen Sachen? Wir brauchen Redstone. Schneller. Wir haben elf Minuten und wir sehen uns, wenn wir das Redstone haben. Moment. Und da ist das letzte Redstone gerade rausgeploppt und da haben wir noch eins. Gut. So, rein da. Wir brauchen ja nur sechs. Aber wir brauchen noch ein Lead-Op. Ach. haben wir. Ach, nein. Ach, nein. Halt. Stopp. Brauchen wir gar nicht. Ich habe die Barren schon genommen. Ach. Wusste ich. Habe euch ausgetrickst. Das war natürlich nicht unbemerkt und so. Ähm, hm. Die Brand. Äh, so. Jetzt sollte das funktionieren. Hoffe ich. Eins, zwei, drei, vier. Ups. Dann noch in den zweiten. Eins, zwei, drei, vier. Sehr schön. Funktioniert. Wer bekommt auch Energie? Energie, schätze ich. Muss ja. Da sehen wir, dass Energie übertragen wird. Genial, sag ich euch. Genial. Ich glaube, wir produzieren viel mehr, als wir benötigen. 80. Wie viel schluckst du so? Weiß keiner so genau. Gut. Ähm. Gebt mir mal den kaputten Hammer. Nehmt mal den neuen hier. Guckt euch das an. Cobblestone. Das war durch das eben. Offenbar könnt ihr auch mit der Hand Cobblestone abbauen. So. So. Funktioniert. Wir machen uns noch mal ein Steak Holzkohle. Einfach, weil wir es können. Und das hier soll sich alles schön ausbreiten. Und hier. Och, das finde ich aber nicht nett. Mr. Baum. Mr. Baum, das ist nicht cool. Böser Baum. Aber der soll hier schön sich ausbreiten, damit wir ganz viele Strings bekommen. Ich hoffe nur, er ist nicht nach draußen gewachsen. Bäh. Egen. Nein, geschrieben war da nichts. Rumblebeast fängt jetzt mit Zaumkraft an, schätze ich. Ich glaube, wir machen heute mal einen kürzeren Part. Und dann nehme ich Freitag noch einen auf. Nee, kommt. Mach ich nicht, denke ich. Leitern da rein. Den da rein. Hebel brauchen wir jetzt nicht mehr. Questbuch haben wir. Mal gucken. Was haben wir denn noch so für schöne Items? Irgendwas, was wir gebrauchen können. Nö. Nope. Riesen Button. Rock Breaker. Bill. Keiner. Placer braucht auch keiner. Elevator vielleicht. Item Robber. Naja. Eine Räuberleiter. Scarefolding. Hä? Verstehe ich nicht ganz. Aber gut. Ähm. XP-Bottler? Nö. Den Rest brauchen wir alles nicht. Aber den da will ich gerne haben. Aber da brauchen wir eine Eye of Ender. Also eine Enderperle. Da wir noch keine Enderperlen haben. Können wir natürlich auch nichts machen. Und ich glaube, wir fangen da schon mal an, die Blätter abzubauen. Sieht ja hässlich aus da drüben. Ich hoffe, wir trinken genug. Würmer sind mir schnurrpips egal. Hauptsache Strings. Hoch. Baum. Wachs nicht in mir. Na, die Blätter sind noch dabei. Na ja, dann warten wir mal. Offenbar haben wir schon ein bisschen was. Und jetzt Strings haben wir denn jetzt einen Stack. Können wir schon ein bisschen was. Bestimmt kriegen wir so einen Stack Blöcke zusammen. Hoffe ich. Die nehmen uns jetzt noch. Na, wir haben nur noch die. Okay. Gut, haben wir halt nur noch die. Ich würde sagen, ich baue dann nur noch die hier ab. Die Kaktussen. Ja, ich weiß, dass sie Kakteen heißen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Nicht mehr lange bis zum Stream. Yay. Gut. Ich würde sagen, ich warte jetzt einfach auf die Bäume. Und dann nehme ich die nächste Folge auf. Also. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bleibt immer schon beim Bus. Euer Paragon. Und tschüss.